Hallo Freunde, hier ist euer Leinende Alex. So sollte der Snoop aussehen, so sieht er aus, wenn der Niegelnagel neu ist. Und so sieht er aus, wenn du ihn aus Versehen in den Geschirrspüler getan hast. Du hast es gut gemeint, aber da kommt kein Leckerchen mehr durch. Aber es gibt einen Trick, und zwar mit einem Schnapsglas. Du nimmst ein Schnapsglas, schauen ob ich das mit einer Hand kann hier. Du drückst es hier rein, fährst da rein, und kräftig rein. So, und dann den Snoop ab wieder in den Geschirrspüler. Und dann ist der Snoop fast wie neu. Hast du kein Schnapsglas, kannst du auch bei uns im Hoverwatt-Shop einen neuen bestellen, und der sieht dann so aus. Also, in diesem Sinne, rock on Freunde, ciao!